Ich habe ein Paket erhalten und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine Leistung da drin steckt. Neben dem üblichen Zubehör wie ein Ladegerät gab es auch dieses kleine Päckchen, aber dazu kommen wir gleich. Nachdem ich das High-End Gaming Notebook ausgepackt habe, wusste ich dann auch, für was dieses kleine Päckchen ist, es sind tatsächlich austauschbare Keycaps. Leider nur in weiß hätte ich mir tatsächlich in einer anderen Farbe gewünscht. Was mir aber dafür sehr gut gefallen hat, ist die LED-Leuchtbar an der Front und natürlich die beleuchtete LED-Tastatur. Und ich übertreibe auch wirklich nicht, wenn ich sage, dass dieses Notebook das leistungsstärkste Notebook ist, was ich jemals getestet habe. Verbaut hier ist nämlich eine RTX 4090 mit einer TGP von 175 Watt und ein i9-13900HX-Prozessor, der bis zu 5,4 GHz boosten kann. Die Luftauslässe sind auch so mega groß, dass hier kaum Hitze entsteht, was für ein Notebook nicht üblich ist. Das Display überzeugt übrigens auch mit den 240 Hz mit 100%iger sRGB-Abdeckung und einer gestochen scharfen Bildqualität. Ich habe den ganzen Tag COD gesuchtet, aber mich würde interessieren, was würdet ihr denn darauf spielen?